Hallo an alle meine Follower und Abonnenten, herzlich willkommen zum YouTube Tutorial Wie räume ich mein Monopoly ein? Wichtig ist es der Reihefolge nach vorzugehen und zwar erst das Chaos richtig zu sortieren, die 200er, die 400er, dann kommen die 1000er hier rein, 2000er hier rein, 10.000er hier rein, 20er hier rein, nein, falsch rum, 200er hier rein, 200er hier rein, 100er hier rein. So, man kann es kaum besser machen, wie ihr es findet, schreibt es mir bitte in die Kommentare, Hashtag Haters are my Motivators.